Herr Lerl, schön und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lead of Legends mit dem Sascha und uns etwas aufgefallen. Unser Team Lux, Nidale, Tristana und Nami mit Udi. Und Udi ist der gute alte Pino-Pair. Oh Gott, und ich spiele auf jeden Fall Lux. Nertig mal ein guter Pick. Und das Sascha wird sowieso mit ihm fällen. Nidale. So, Lux, endlich mal einer auf Range. Aber ganz ehrlich, Jana ist der beste Pick, den man haben kann. Nidale. Nein, Malder. Nein, nein. Go, go, tu denn jeder rein. Nein, Mann. Komm, ich bin doch schon da. Okay, da ist keiner. Da sind welche im Burscht siehst du an den Poros oder wie die Teile darauf heißen. Ja, ja, das ist eine Falle und andere Falle. Ja, da guckst du, war. Da guckst du. Ich hab damage gefragt. Ah, getroffen, noch auf dem letzten Pixel. Alter, ich bin jetzt ein wenig nervös. Oh, warum? Lol. Je getroffen. Ich f korrigiere. Ich ferve es dir, es hat ganz klar. Es ist ein wenigiden. plainer Kneamam. Solsi Neverland. die Leute sagen ihr wollt 9 Jahre jetzt fängt es an jetzt die Politik alter das ist vor Jahren nach dem Jahr Mann Pia ach komm schon scheiß worden und ich habe gekocht ja aber übelst er wird noch ein Problem ja und da hat ihn mir noch nein die in den USA habe ich von der Mensch gefressen so aber ich der Zauberin vielleicht kommt wieder so hier werden muss geschützt dass ich finde es verwitzte ach komm herrn muss genau die nun mitgelegt um hier wäre es noch spielte ach komm jahre ein ein schritt zurückkette durchmachen gut sind ich muss uns ein Pädoyer ja es ist nur der wir müssen Pädoyer in der dritte Prozent Alter ich bin gerade recht nervös weil ich möchte mit Lux echt nicht verlieren wie ich mal ich werde ausgerichtet Pädoyer Pädoyer ist der einzige mich für ein Stück das erzielt aber noch nicht gut ich will mal einsterster nach wenn unser eigener ein einziges Mädchen das unter zwölf ist scheiße der jahr-fälschläufe die Klo Alter ganz ehrlich gemacht mir Angst Jana und so vor allem Führer ich vermieden beschädigt werden Guckianne Guckian hat sie gesehen sie doch gar nicht besucht sind Peter Bär beschossen wurde wir müssen viel guck dir kommen alle ich die Verbrennung und ist der Nachteil Orte oder auch Kälte gelten wer gehört Kettler ich liebe Niederlande ich will Kettler auch die Kettel mit sich sehen gleichwerten und möglichen scharfe Kaktisch Geld als ich hab Angst vor Bladimir noch nein Pino Bär steht gleich Leute nur die Welt bei dir tut die Lerber und er war Pädobär Pädobär Schild geben nur ein verkacktes Teil ich habe noch gehealt und nein guck mal Alter es geht ja drunter und drüber ja ja noch fokussieren das ist eine gute Idee gute Idee Jana ist nämlich voll OP und da stehst du gleich oder so dass du mit der Schilder wir bestimmt den habe ich zu spät ich habe ich zu schlecht reagiert die Projekte ich bin voll schlecht und so ich kattiert Pädobär ist jeder da wie kann man denn jetzt schon einen Kopf kassieren h es ist Pädobär in dem Weg auf den Tisch aus Prozent das ist irgendwie nicht so toll Prozent wenn sie doch so ein Ding hier nicht getroffen wichtig ja genau ich doch selber ich war auch weniger oh mein Gott das ist doch um da getrunken Tom Prozent so unfair auf meiner Vorbereitung und dann soll ich so hat los zwei Kiels bekommen und da ist ein kleiner Hengst ist und das war schon nix kann und da habe ich noch ein Assist bekommen einfach so und hier auch nein Pädobär Pädobär schon wieder gestorben jetzt kommt Kopp Maasulti da kommt Jana ja nein nein warum dort die Niederlande für sich ja ich habe weniger leicht als du äh ich meinte ich hätte die 3 3 das muss man sagen auch nötig das Schöne heute wenn du den Speer getroffen hättest dann wäre sie jetzt tot ich weiß was unvorsichtiger werden ich glaube sie brauchen oder probieren wir es verfehlt ja knapp daneben ist auch vorbei Leute nein schatz nein 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 fehlwerbe schützen und da ist die 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 Berner ein trocken würden wird und wenn er sie wie aber der Schild aktiviert ja er hat er auch und es falsch gespielt ich bin ein geiler Hengsten Nr. Geiler Hengsten Nr. Nr. der Werbeschützen der Kurs der Kippe kommt und er schmeckt die Porte warm nein ich brauche Mahner aber ich kann nur viel und so jetzt sind ja ja ich brauch mal nur so Pelo Bär nein wo wusste er das jetzt nicht gewusst er macht Schatz du machst mir so nein so jetzt habe ich mal und diese Schilder ohne nicht nein Pelo Bär das nicht mehr alter lag aber es ging wieder oh guck mal oh guck mal du gehörst so was von mir geschlagen es ist sehr clever senkrecht den Tornado vom Ding ins Ausdruck nein Pelo Bär Pelo Bär Tristano ich wollte sie noch hier ach komm mir klinge ein Telefon aber ich merke es nicht oh oh nein nein Pelo Bär go for real ich bin ich bin ja nicht mehr Tränky würde mich verarschen Lass mich hier Lass mich hier Lass mich hier und so ich bin grad voll beschäftigt und so hab wir nicht cool da und äh viel cool da und so ich bin ich bin auch ich bin 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 ich schon